Guten Morgen, Guten Abend oder was auch immer, wann auch immer ihr dieses Video guckt. Willkommen bei Minecraft Leben, wie sonst auch immer und heute haben wir den Duff-LP dabei in dieser schönen Aufnahme. Ja jetzt, hallo. Hallo, ja ich fange jetzt auch an. Da ist er. Genau, und dann würde ich auch sagen, starten wir direkt mal. Ich muss nämlich ein bisschen Zeug noch in meine Truhe reintun, weil ich habe noch haufenweise Zeug hier, wie ihr seht. Haufenweise Bücherkram, Haufenweise Papierkram, alles mögliche in meinem Inventar und das geht mir gerade ganz schön auf den Sack. Vor allem, wenn ich Materialien und so mitnehmen muss und da habe ich einfach keinen Platz mehr drin. Kennt ihr sicherlich auch, deswegen ist es etwas unbequem, sage ich mal, ne. Und da sind wir auch schon in dem Schließfachraum, in meinem schönen Schließfach, ja, rein. Wo bist du? Ich bin gerade bei einem Schließfachraum. Okay, Mann, Block. Einsmal, Rackblock. Ähm, was haben wir denn noch so? Äh, Glücksspielgesetz, Bewerbung, Glücksspielgesetz zu mir, alles mal hierhin. Dann leere, na, eigentlich unnötig, aber Leine, ja gut. Mann, das ist jetzt so vollgemüllt hier. Ist alles so vollgemüllt, Leute. Gut, ich habe hier noch ein Schwert gefunden, das hatte ich wohl irgendwie noch in meiner, äh, Kiste drin, ne. Darauf hat mich Flori aufmerksam gemacht. Danke nochmal an Flori. Und, äh, Bogen brauche ich nicht, das hier brauche ich nicht, noch eine Axt, die brauche ich gerade auch nicht. Dann haben wir Kohle hier, äh, mhm, mhm, dann machen wir mal so. Perfekt, und dann machen wir so. Damit es auch alles schön geordnet ist, versteht sich. Und jetzt ist hier eine Eisenschaufel, das brauche ich, Bruchstein brauche ich auch. Diese Dias brauche ich nicht. Die tue ich mal hier. Ähm, wo bauen wir? Jaja, warte jetzt erstmal, warte erstmal. In der, in die Ruhe liegt die Kraft. Jo. In der Ruhe liegt die Kraft, so. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, ich wollte ja, oder ich habe es euch letzte Folge versprochen, ich wollte eigentlich heute bauen. Und ja, es tut mir leid, ich werde heute bauen. Und das Problem ist nur, wir können nicht an dem weiterbauen, an dem wir, oder was wir geplant hatten, weil natürlich mal wieder nicht der gute, alte Chicken-00-Online ist. Und damit haben wir dann wohl kein, äh, ja, Moment. Nein, wop. Und damit haben wir leider keinen Redstone-Techniker, weil ich gerade echt zu faul bin, um das selber zu machen. Ja, ich habe jetzt echt keine Lust da drauf. Und deswegen, hierfür, da habe ich echt keine Idee, wie wir es weiterbauen. Und hierfür, da fehlt uns hier um eine Redstone, ich kann kein Stockwerk oben drauf bauen, das ist so ein Müll. Gut, und ich kann auch ohne Redstone, oh, ich habe es immer noch mal, es tut mir leid. Ich kann auch ohne Redstone leider auch nicht den Keller, oh, ich bin runtergefallen. Au, fight, zombie fight, umgenietet. Ja, hier seht ihr, ich kann leider hier nicht weiterbauen, weil ich keine Redstone habe. Gut, so soll das wohl sein. Und, äh, habe ich noch Blöcke? Steine habe ich noch. Bauen wir uns einfach nach oben, das passt schon irgendwie. Ach, geht doch. Kriegst mich nicht, scheiß Zombie. Und dann würde ich sagen, geht es doch direkt weiter. Ich habe mir überlegt, wir könnten doch eigentlich meine Religion jetzt weitermachen. Wir haben uns nämlich auch überlegt, wir machen jetzt eine Religion. Irgendwie will jeder auf dem Server hier seine eigene Kathedrale oder sowas bauen. Ich will jetzt mal klein anfangen. Und darf LP, will mir dabei wohl helfen? Hoffe ich doch mal, oder? Hier, es gibt aber Schläge, du. Ja, klar. Du bist dabei. Ja. Gut, und darf LP, will mir dabei helfen? Also, ähm, sei dies fertig. Ich werde dich auch noch mal verlinken, ne? Ja, ich dich auch, ist kein Problem. Ihr findet seinen Link auch noch mal in der Beschreibung. Er ist auch ein Let's Player. Ähm. Genau. Und wir können oft lachen bei seinen Videos, das sage ich jetzt mal ganz offen. Es ist echt manchmal richtig witzig. Ich sage ja nur mal, diese CSGO-Sache. Dieser CSGO-Vorfall. Ja. Ja, das müsst ihr euch ansehen. CSGO-Part 1, Let's Fail. Also, ich finde, das ist so geil. Und nochmal danke an Orca, das ja, äh, ich sag mal so, die Serie hier belustigt hat. Der kommt momentan irgendwie nicht auf dem Server hier drauf. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, es liegt an seinem Minecraft. Äh, ich habe keine andere Erklärung, weil jeder andere, ähm, kommt irgendwie hier drauf. Obwohl, bei mir war es ja am Anfang auch gewesen. Ja, gut, dann hat man vielleicht eine Whitelist oder sowas. Ja. Kann auch sagen. Wow. Ich glaube, ich bin schon wieder OP. Ja, ich bin schon wieder OP. BOP, der ist geil. Ich muss mich manchmal OP machen. In meinem Laden, okay. Ich muss mich manchmal OP machen, nicht wundern, Leute. Ja. Es gibt einfach manchmal so viel zu tun hier. Neue Leute, Whitelisten, was auch über die Konsole geht, aber es geht einfach viel schneller in-game. Man kann die Leute in das Spiel und so zeigen. Und wir haben schon einiges gebaut hier. Nein, 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 nein. Wo ist der Flory? Meine Zuschauer können das ja hier auch fleißig bewundern. Mit meinem so schönen Thatcher-Pack. Der Link dazu übrigens in der Videobeschreibung. Einfach mal unten auch durchlesen. Und dann seht ihr das schon. Oder zumindest da schreibe ich euch gerade, wie mein Thatcher-Pack heißt. Da könnt ihr euch das auch beschreiben. Kannst du machen, wie du willst. Sorry, Leute. Ich muss kurz mal hier... So, jetzt geht's wieder weiter. So, kein Ding. Ja, gut. Das ist immer, wenn man in Skype angeschrieben wird, dann ist das immer so ein bisschen problematisch. Ich zeige euch jetzt ganz schnell, weil ich mich gar nicht weiter damit befassen will, was wir hier neu gebaut haben. Ich mache mal so eine Inklusiv-Reihe. Also so eine Videosache hier, Aufnahme. Wo man eben zeigt, oder wo ich euch zeigen werde, was hier alles gebaut worden ist. Da hinten sieht man schon, hier das Haus ist neu. Das sieht eher aus wie ein römischer Urinstall. Aber wer weiß, vielleicht soll es das auch darstellen. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube, es soll es auch darstellen. Und da hinten haben wir dann Chinatown. Und das werden wir alles nächste Folge sehen. Wow! Noch Chinatown. Ja, Chinatown. Aber ich denke mal, wir gehen jetzt erstmal zu meinem Grundstück. Denn ich habe ja schon für dieses schöne, schöne, schöne Religionsgebäude von der Kim Jong Sky Armee, der neuen militärischen Einheit, für die Verfolgung von Andersgläubigen, die nicht an den Kim Jong Sky glauben. Ja gut, da habe ich schon ein Grundstück reserviert mit dem großen Ausrufezeichen. Hier ist es überall, wo der Stein drumherum ist. Also wir haben ein riesengroßes Grundstück und eine Wohngemeinschaft. Dieses Grundstück gehört dem Staat bauen. Verbunden. Da ich der Staat bis zu dem Augenblick war, reiße ich dieses Schild jetzt mal ab und schreibe hin. Augment, dann schreiben wir da hin. Was zum... Ja gut, du bist ja hier der Besitzer. Hä? Du bist ja hier der Besitzer. So, dieses Grundstück gehört dem Sky... Dem... Nee, den Kim... Kim Jong... In the Sky. Direkt so. Hä? Direkt hier so. Ja, ich bin der Kim Jong Sky, Leute, deswegen habe ich auch meine eigene Armee und so. Gut, hier unten ist wohl ein Creeper mal explodiert, wo er auch keine Protection an war. Und ich würde sagen, wir fangen damit an, dass wir... Ähm, ja, ich gehe gerade aus meinem Haus und Player Joe sein Haus raus. Ja? Ich komme zum Spawn rüber. Ja, ich bin schon beim Grundstück, also. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt schon mal an, dass wir hier ein bisschen Erde abbauen. Ja, ich weiß nicht, wo genau das ist. Ähm, hinter meinem Nachtclub. Ähm, das ist hinten beim Swatway, ne? Äh, Swatway. Richtig, auch, haben wir hier gemacht. Das Soul Eye. Gut. Boah. Und dann würde ich sagen, wir machen hier mal eine Ebene. Hat den Hintergrund, ich würde hier so eine Mauer machen, weil das Ganze soll ja abgetrennt sein. Und das soll ja auch hier so eine Priestergemeinschaft, nein, Spaß. Aber, äh, irgend so eine Glaubensgemeinschaft darstellen, beziehungsweise so eine Sekte. Ist ja keine Glaubensgemeinschaft, ist ja wirklich eine brutale Sekte, muss ich sagen. Ich verlange immer so Eintrittsgeld und sowas. Richtig hart hier, bam, rausgehauen. Und meine Schaufel ist gleich kaputt, kann zu Eisen mitnehmen. Boah, warte. Ja, Dankeschön, es ist super nett. Ich fühl du schon... Äh, ja, stimmt, du hast selber. Ich hab nichts mehr. Ja, warte, ähm, soll ich noch was mithunen, bevor ich noch mal rennen muss? Äh, einfach nur eine Eisenschaufel, also mehrere Eisenschaufeln. Ginge das? Ja. Das ist super gut. Also dann kann ich in der Zeit ja schon mal erklären, was ich hier genau bauen will. Ich will hier eine private Sekte bauen. Riesiges, schönes Grundstück mit so einem riesigen Platzer. Ja, und dann, ja, ein riesiges, schönes Haus hierhin, vielleicht auch im Antiken-Style, aber irgendwie auch was Modernes. Weißt du, so ein Gegensatz im Prinzip. Und, ähm, zu guter Letzt, aber alles am Rand, ne? Zu guter Letzt kommt dann eine riesige, fette Kathedrale hierhin. Und ich hab mir überlegt, dafür brauch ich keinen Redstone. Das heißt, hier werden wir jetzt anfangen, eine Kathedrale zu bauen. Mein Haus ist mir jetzt erstmal völlig egal. Bin ich eben obdachlos? Wo nicht, da hinten unter der Brücke oder der Arbeiterbrücke, keine Ahnung. Ich denke mal, Jesse, dass mich sowieso irgendwie einziehen, das passt dann schon. Die doch immer. Hä? Die doch immer. Dann schnorre ich mich durch, äh, Minecraft-Leben, äh, beziehungsweise durch das Minecraft-Leben hierdurch. Und für die Leute, die jetzt erst gucken und reinschnuppern, was die Minecraft-Kolonie ist, Minecraft-Kolonie, ich sag's nochmal, ist eine 1x1-Kopie von Minecraft-Leben. Obwohl, ich hab letztes Mal ein Video geguckt, da meinten die ja erst, sie machen jetzt Plugins für die Jobs und so. Und, äh, da muss ich sagen, wir sind echt weiter momentan wie die, weil wir haben das schon vor zwei Wochen entschieden, also. Bisschen weiter sind wir da schon. Ähm, Sky, ich hab, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ähm, Eisenschaufeln circa. Und für mich ein Diamantschaufel. Wie geil, ja, okay, ich geb dir jetzt Gegenleistung. Dann denke ich mal auch irgendwas, wie zum Beispiel ein Diamant oder so dafür. Und da können wir ja schön graben und graben und uns durch die Kacke und Pampe graben. Durch die Kuhscheiße, denn das hier war mal eine schöne Weide. Achso, das mit Fleisch hat noch Zeit, ich hab noch bei mir doch noch was gefunden. Warte, ich muss kurz was testen, Leute, Moment. Äh, ja, jetzt klappt meine Maus wieder. Ich hatte wohl irgendwas unter diesem komischen Laser drin, also ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat es gerade etwas geruckelt. Okay, tut mir echt leid, jetzt geht das eigentlich ganz schön wieder. Ja, und Fai ist der erfolgreiche Besitzer von Chinatown. Ja, von Chinatown, was zum Kotzen aussieht irgendwie. Ey, das sieht so geil aus. Ja, ich weiß nicht, das Pinke stört mich da ein bisschen. Ey, ich finde das sieht so cool aus, ganz im Ernst. Aber okay, du hast deine eigene Meinung. Du bist am Chinatown hinten, ne? Hä? Du bist hinten beim Chinatown vorbei, ne? Jein, ich bin hinter diesem Gebäude da. Das sind Bäume. Und Steine und die Erde. Ich bin jetzt vor dem Chinatown, Leute, ich kann nicht mehr laufen. Nein, hinter dem Love Tower. Bei meinem Nachtclub, hinter der Messe, da wo das Soleil ist. Ja, bei Love Tower bin ich. Ja, dann renn da weiter geradeaus. Dann kommst du irgendwann zu so einem riesigen freien Gebiet, was eingezäunt ist und ein riesiges Ausrufezeichen aus Closedown ist. Und, aber ich will jetzt auch gar nicht weiter so darüber labern. Ich hab schon wieder irgendwas... Ey, was ist das hier? Ey, jetzt guck, seht ihr, Leute, das geht. Jetzt bin ich mit meinem Finger da dran, jetzt geht's. Jaja, mit meinem Finger geht alles. Jetzt bin ich bei Wiese. Ich seh' dich nicht. Ich lauf' dir mal entgegen. Ja gut, hier, ähm, DAF-IP ist neu auf unserem Server, circa, äh, da bist du ja. Ja. Zirka seit ein paar Tagen dabei. Ähm. Zwei, genau genommen. Okay, und was, äh, was hast du gerade für Gefühle? Was hast du gerade für Gefühle, wenn du an diesen Server denkst? Also momentan, muss ich sagen, ganz cool. Außer mit der Farmwelt, das ist, ja, was anderes, aber das spielt ja jetzt hier bei der Aufnahme hier auch keine Rolle. Aber ich muss sagen, hier ärztemäßig und so ist doch ganz cool. Es ist relativ realistisch gehalten. Und, ja, das ist das, was mir hier eigentlich auch so relativ ganz gut gefällt. Die Leute sind auch super. Man wird direkt super empfangen. Moment, ich mach mal grad von leiser, es stört doch ein bisschen. Ich wollte gerade schon ausrasten, Tisch umschmeißen und, ja, also, boah, das war knapp, ey. Ich hatte schon, ja, ich weiß nicht, so gleich, äh, Schweiß als auch Angst, äh, Schweiß, weißt du? Weil ich gedacht hab, oh, kacke, das könnte schlimm werden. Was? Ja, ich Tisch umschmeiße, PC-Köpfe und so. Ja, klar, mitten in meiner Aufnahme hört man dein PC-Chef an. Boah, okay. Beste Stelle. Ja, gut, hau raus. Wolltest du noch was weiter sagen? Ja, wie gesagt, eigentlich kann ich nur hier zu dem Server sagen, es ist ein super Server. Also, spielen lohnt sich. Die Leute sind super drauf. Man wird auch direkt begrüßt, wenn man drauf kommt. Und, ja, der Joe, Player Joe hat mir auch direkt ein Apartment angeboten, oder angeboten, dass ich bei denen mit wohnen darf. Wenn du das siehst, auch nochmal vielen, vielen Dank an dich. Und an dir, danke, ja. Mein Deutsch, das ist, ich glaub, an dich war ich schon ganz richtig. Hä? An dich war, glaub ich, schon ganz richtig. Ja, mein Deutsch ist heute nicht so ganz so toll. Eigentlich nie. Äh, gestiert. Das war echt knapp. Das war knapp, das war knapp. Brauchst du Fleisch? Jetzt nicht. Dass der Porteil ist, einfach mein Fleisch ist direkt gebraten. Ja, deiner. Ja, wegen der Flamme, wegen der Flamme und Verbrennung, dass ich drauf hab. Ja. Ja gut, ich würd sagen... Und ich muss zu diesem Ausrufezeichen sagen, es sieht zum Kotzen aus. Ja, das Ausrufezeichen ist so provisorisch da, damit die Leute wissen, dass hier irgendwas ist. Kann ich kurz eine Schaufel? Ja. Oh, das Premium. Ein Diamant hätte ich für mich. Dankeschön. Ja, das reicht nicht so viel, du kannst ja mitgraben. Ich hab mein Diamant. Achso, ja gut. Dann würd ich sagen, wir bauen uns auf der Ebene. Ja, wir gehen schon mein Handy los. Wir bauen uns auf der Ebene hier, dann fangen wir auch direkt mal an. Und ja, erstmal willkommen auf dem Server hier, hab ich glaub ich noch gar nicht gesagt. Und ja, gut. Ich würd sagen, wir haben auch, muss ich aber auch sagen, wir haben erst letztens, ich weiß gar nicht, wie viele Leute es waren. Ich glaub vier Leute rausgeschmissen, wegen dem aktiven Regelverstoß. Also das hat echt genervt, jeder hat sich nur beschwert und so. Und dann wollten wir uns so für dumm verkaufen, aber... Das hätte vielleicht mit anderen Leuten geklappt, aber ich bin durchgestoßen. Ne, warte, ich bin... Achso, ich bin... Wie egal. Wie ist das... Hä? Wenn's für Sky okay ist, kann ich... Ich mach dann nochmal am Schluss oder morgen oder so nochmal ein Screenshot von Dings, von den Regeln. Und dann kann ich da nochmal am Ende als Outro oder so reinhängen. Extra-Outro, das passt. Ja, immer. Hä, für mich ist das sowieso okay. Also ich hab ja gar nichts dagegen. Du kannst auch hier Aufnahmen machen. Ich werd immer wieder von den Leuten gefragt, darf ich hier Aufnahmen machen? Ey, Leute, ich hab gar nichts dagegen. Weißt du, das ist... Das ist unnötig, dass ihr das fragt. Das ist ja eure Sache, ihr dürft das machen. Und ich hab einfach gar nichts dagegen. Und ich würd sagen... Aber ich will mir noch überlegen, wie wir das hier am besten bauen. Oh, ich hab eine unterwürdige Höhle gefunden. Die können wir auch direkt mit dem Kathedralennetz verbinden. Und ich würd sagen, das machen wir dann noch alles. Aber erst in der nächsten Folge, das hier war jetzt eher mehr Laberei und so. Erstmal Vorstellung. Und ich würd sagen, ab nächster Folge bauen wir dann hier aktiv los. Wir haben ja hier schon mal das Grundstück eingegrenzt. Äh, ich kann ja hier im Prinzip die Erde auch schon mal abbauen. Ah, das war hier die Schaufel. Und ja, dann würd ich sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein, Leute. Und ja, Duffelps Beschreibung ist in... Duffelps Link. So, Duffelps Link ist in der Beschreibung. Äh, schaut mal bei ihm vorbei. Vor allem, ich verlinke mal dieses CSGO-Fail. Weil das... Das ist... Nee, Leute, also das... Ich bin draufgegangen. Das war echt... Ja, auch nochmal ein Riesen-Danke an Orca, dass er so für die Laune gesorgt hat. Ach so, ja, den zweiten Part muss ich doch hochladen. Also ich muss echt sagen, ich hab vielen Leuten das gezeigt. Also ein paar Leuten. Hab ich das empfohlen, also dass die sich das angucken, hab ich das empfohlen, ne? Und ich muss echt sagen... Die Rückmeldung war meistens nur gelächter, gelache, weil es einfach mega genial war. Es war auch geil, es war auch geil. Es ist auch richtig zum Lachen, also ganz im Ernst, da fragt man sich manchmal nur so, Alter, dein Ernst. Und ja, gut. Ja, da fragt man sich wirklich dein Ernst. Das ist so genial geworden. Aber ich will euch da jetzt gar nicht so viel zu erzählen. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like oder einen Kommentar. Kommentare sind sowas von gerne gesehen. Das hast du gerne gesehen, wie Diamanten auf diesem Server bei mir. Und... Ja. Oder das ist mal Rack. Diamanten, äh, Diamanten, sag ich schon. Diamanten und Kommentare sind immer gut. Also haut rein, Leute, hinterlasst ein Like, wann es euch gefallen hat. Und wenn ihr auch noch hier irgendwie für die Server-Informationen oder Sachen wollt, oder wenn ihr mitmachen wollt oder sowas, dann edit mich einfach per Skype. Es steht alles in der Beschreibung drin, das erste Video, was das ist und der Server und sowas. Auch, und ich rede schon wie nur Lava zu schneiden. Oh mein Gott, äh. Dann haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Genau, ciao.